Und da sind wir auch schon wieder in Hunsgrab an einem neuen Tag, nicht aber in einer neuen Folge. Wer hätte das gedacht? Es geht immer noch um den Köder für Schlangenzungen Nick. Den wollten wir eigentlich gestern schon auslegen, aber wegen meiner Rumrennerei hat sich alles um einen Tag verzögert. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Aber jetzt ist eine neue Folge. Wir haben unsere Diamanten dabei. Alle Diamanten von Hunsgrab dabei. Und wir werden jetzt schnell übersetzen zu der Insel. Und nur das mitnehmen, was wir auch brauchen. Nämlich ein Boot. Ähm, Moment. Wir packen das hier unten. Haben wir glaube ich auch noch eine Kiste. Ja, da. Das sind die 44 Diamanten von... Ähm... Ah, jetzt passt das nicht. Arrg. Ähm, wir brauchen die Schokobohnen zum Beispiel nicht. Okay, 44 Diamanten von Schlangenstein. Redstone-Truhen. Äh, die nehmen wir komplett mit, ist klar. Gut, was brauchen wir noch nicht? Also, was brauchen wir jetzt gerade nicht? Das Zeug hier. Ähm, die 5 Dispenser würde ich ganz gerne mitnehmen. Okay, den Rest können wir glaube ich mitnehmen. Hier haben wir auch eine Werkbank, dann können wir uns gleich hier das Boot bauen direkt. Zack, ein Boot. Ähm, Bett sollten wir hier mit rübernehmen auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, ähm... Oh, die schönen Diamanten. Okay, rüber. Rüber auf die andere Insel. Und dann setzen wir den Köder für Schlangenzungen-Nick. Äh, alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Schlangenzungen-Nick hat vor einiger Zeit Dorfbewohner entführt. Beziehungsweise er hat sie, äh, Shanghai, sagt man auch. Er hat sie durch seine Seidenzunge, durch sein Gewäsch, durch sein Gerede davon überzeugt, dass sie ihm folgen. Und jetzt hält er sie auf seiner Insel gefangen, der unheult. Wir machen das hier ein bisschen übersichtlicher. Wir machen das hier ein wenig übersichtlicher, damit wir hier auch, ähm, von da hinten sehen können, dass hier alles in Ordnung ist. Deshalb nehmen wir hier die ganze Erde weg. So, alles weg. Und dann können wir da schön drauf gucken von hinten. So, okay. Und jetzt setzen wir hier dann die, äh, Truhen der einzelnen Dörfer hin. Also, beziehungsweise wir haben ja, ne, ich nehme jetzt hier mal die Zäune. Wir haben, äh, Schlangenstein, Hexenwacht, äh, Hunsgrab, Bocksprung und Quallenkopf. Da kommen jetzt die fünf Truhen drauf. Der Nico B. ist natürlich außen vor, weil der ist Baumeister und ist hier, äh, auch momentan so selten, ähm, dass ich gar nicht weiß, wo er seine Diamanten versteckt hat und so. Ich denke, das sollte reichen, das sollte reichen als Anreiz für Schlangenzungen, Nick. Ähm, da müssen natürlich jetzt Schilder dran. Das heißt, wir bauen uns mal schnell eine Werkbank. Natürlich, klar, wir haben ja so wenige. Eine Werkbank, ähm, jetzt machen wir mal Schilder. So, fünf Stück. Oh, hey, habt ihr gesehen? Zack, oh ja, 15. Ah ja, gut, es kommen ja immer drei raus. Das vergesse ich immer wieder. Ja, okay, dann machen wir hier dran. Ähm, Schlangenstein. Und das sind, äh, 44 Diamanten. Okay, 44 Diamanten, der Einsatz von Schlangenstein. Die packen wir jetzt auch da rein. Ähm, das heißt, wir trennen das jetzt hier nochmal und so. 48, äh, Moment, 48, 1, 2, 3, 4, 4, 44 Diamanten. Der Rest ist unser. Zack, zack, 44 Diamanten von Schlangenstein. Dann, äh, Hunsgrab wären ja dann 21 und 22. Äh, Moment, das Schild erstmal dran bauen, ehe wir das reinpacken. Und, äh, Hunsgrab, ähm, das wären 21 Blöcke. Blöcke und 22 Diamanten. Okay, ich war vielleicht gleich gerade ein bisschen leiser. Jetzt fehlt natürlich hier noch die Hexenwacht. Moment, die Schilder mache ich dran und die einzelnen Leute, die müssten dann, äh, sozusagen hierher kommen und die Diamanten da reinpacken. Wir werden das dann gucken, ob, ob das alles schon geschehen ist. Ähm, also Hexenwacht. Hexenwacht. Na, musst du dann ergänzen, lieber Zordern, äh, wie viel du da reingepackt hast. Hier ist auch noch nichts drin, klar, mal schön in die Knie gehen. Dann, der, äh, kommt hier Bocksprung. Bock. Sprung. Und ich hoffe, der Dune guckt. Oh. Mist. Ein tiefer. Bock. Sprung. Ah, schöne. Schöne Samba-Musik. Da, 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 da. Aber nein, sie tanzen wir eigentlich gar nicht zumute. Und der Quallenkopf. Quallenkopf. Da kommen die Schätze des Quallenkopfes rein. So, das ist unser Einsatz für Schlangen, Zungen, Nick. Und wir machen das einfach so. Kann man da oben jetzt eigentlich, wartet mal, haben wir Erde dabei? Ja, natürlich, reichlich. Ähm. Ne, kann man keine Fackel reinsetzen, ist klar. Das ist klar. Dann machen wir das einfach so. Passt auf, ganz einfach. Äh, haben wir, ja, dir Samba. Wir machen hinterher so einen Block. Und überall, wo der Einsatz dann drin ist, da kommt dann einfach, ähm. Das ist nicht so besonders schick. Das gebe ich zu. Äh, wir können aber noch Zäune untersetzen, denn die haben wir auch noch dabei. Ah, schöne, ähm, Karibikmusik hier. Zu diesem traurigen Anlass, wo wir unser ganzes Geld einsetzen. Ich mache jetzt die Fackeln hier hinten dran. Passt auf, Leute, äh, gut aufpassen. Alle, die hier in dieser Welt leben. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und wenn ihr dann, ähm, sozusagen euren Einsatz getätigt habt, wie ihr zum Beispiel der Matrix-Schlange und ich, dann macht ihr einfach die Fackel oben drauf. Dann sehen wir schon vom Weiten, ähm, oh, dass wir hier reinfallen. Das ist ein Reinfall. So, okay. Das heißt, ne, der Matrix hat seinen Einsatz geleistet. Schlangenstein sozusagen. Und Hunsgrab hat auch seinen Einsatz geleistet. Der Rest, da wird noch drauf gewartet. Äh, und jetzt machen wir die Eisengolems. Huhu. Wir sollten das hier noch ein bisschen, ähm, einzäunen, dass die uns hier nicht runterfallen. So, vielleicht, ne, das Ganze. Und um es Schlangen zum Glück auch nicht zu leicht zu machen. So, genau. Und dann packen wir die Golems hier einfach drauf. Äh, ja. Die können auch hier rumlaufen auf der Insel meinetwegen. Eigentlich brauchen wir die gar nicht festbinden, oder? Die gehen, ach, die gehen auch ins Wasser, ne? War doch so. War mir doch so. Okay, wir machen Eisengolems. Ähm, ach so. Oh, hab ich da... Äh, ups. Hab ich da was vergessen? Mein Einsatz da reinzupacken? Ups. Ach, es tut so weh, Freunde. Stimmt, ne? 21 Blöcke, 22 Diamanten. Der Einsatz ist getätigt von Hunsgrab. Und es wird gerade Nacht. Und wir machen die Eisengolems so schnell. Obwohl wir jetzt ja eigentlich Zeit haben. Und die Werkbank können wir ja auch hinstellen. Gut, dann pennen wir jetzt hier erst nochmal eine Runde. Und dann geht's weiter im Text. Äh, Bett. Zack. Obwohl so bei Nacht die Eisengolems erschaffen. Das hat ja auch was Mystisches. Ähm, ich glaub, das ging so. So. Ja, man muss das aufstellen, ne? Ha, ha, ha. Okay, wir pennen erst mal drüber. Jedes Mal. Jedes Mal. Hm. Ein neuer Tag. Warmer Kaffee. Schlechte Aussichten. Aber ich vertraue der Community, äh, all unsere Diamanten an. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ähm, dass wir auch verlieren können. Und dann sind nicht nur unsere Burger futsch, die Schlangen zum Nick entführt hat. Was ich ja schon erzählt hatte, wollte, wollte. Also, ne, er hat unsere Burger entführt. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt kommt der Shuttle oben drauf. Und, ähm, ich möchte, dass du hier auf die Insel aufpasst und Schlangen zum Nick hier nicht drauflässt, bevor ich dir, äh, das Signal gebe, dass er gewonnen hat. Äh. Na, gut aufpassen. Und dein Kollege wird genauso gut aufpassen. Ja, nee, du komm, du wirst hier nicht alleine rumrennen. Keine Angst. Ja, ich weiß, wo du hin willst. Äh, bleib hier. Ähm, so. Ich mach dich mal hier fest und dann passt hier gut drauf auf, ne? Und dein Kollege genauso. Alles klar. Äh, es geht übrigens bei, äh, Eis, bei diesen Schneemännern geht das auch so, dass man die hinlegt und dann stehen die auf. Das hab ich aber bei Eisengolams noch nicht probiert. Äh, deshalb werde ich das genau jetzt machen. Ich hoffe, der stößt sich da nicht in den Kopf. Geht das auch? Ne, das geht natürlich nicht. Äh, kann ich den so ab... Ja, dürfte ich. Das geht natürlich nicht. Okay, äh, dann müssen wir den auch so hinstellen. Ne, bei Schneemann kann man die auch hinlegen. Und wenn man dann den Schettel dran setzt, richten die sich auf. Bei Eisengolams geht das nicht. So, hier kommt dein Kollege hin. Äh, Nummer zwei. Und auch du wirst hier aufpassen, dass Schlangenzungen Nick hier nichts wegnimmt, ne? Von den Schätzen. Dich machen wir mal hier fest. Komm her, dich können wir auch mal, ähm, hier vorne festmachen, da hast du ein bisschen mehr Auslauf. So. Jetzt könnt ihr hier aufpassen, auf die Schätze. Immer gut Obacht geben. Und wenn die Bürgermeister kommen, die könnt ihr aber ruhig da ranlassen, ne? Die dürfen da ruhig ran. Das war auch wieder teuer, aber die, wie schon gesagt, die Typen setzen wir später mal ein. Wie wir die hier rüberkriegen, weiß ich doch nicht. Äh, erstmal stehen sie jetzt hier zur Wacht. Ähm, in der Nacht. Und überhaupt über, äh, wo haben wir das Boot hingepackt? Ist es abgetrieben? Pfff, äh, wir hatten noch ein Boot gebaut. Wollen wir mal mit dem Boot hier rübergefahren? Und dann haben wir es eingesammelt. Nö. Ist tatsächlich, entweder ist es kaputt gegangen, oder wir haben es irgendwie aus den Augen verloren. Naja, gut. Boote, äh, sind nicht so das Thema. Dann können wir hier noch eine Werkbank, die können wir auch gleich hier stehen lassen. Dann steht es uns nicht, äh, im Weg. Bauen wir mal ein neues. Neues Boot. Tut immer gut. Auch wenn es natürlich jetzt kein Boot von, äh, dem Bolle ist. Äh, ne, Bolle? Bolle reißt eins zu Pfingsten. Hohenskrab war sein Ziel. Bolle, natürlich, klar. So, der Einsatz ist gemacht. Schlangen zum Nick. Du kannst jetzt sozusagen, äh, kommen. Und ich sehe gerade, ich habe hier noch die 50. Naja, genau, ungefähr so war es, ne? Ungefähr so ist es geschehen. Ähm, der Einsatz ist getan. Du kannst jetzt kommen und, äh, hier gegen uns spielen. Die Eisengolems kann man jetzt hier nicht sehen. Man sieht die nicht. Hm. Wenn ich ein bisschen eher rangehe, sehe ich sie dann vielleicht? Nö. Ah, die sind, äh, auf die Entfernung sind die natürlich unsichtbar, ganz klar. Und wir müssen da oben wieder drauf. Können wir doch auch von hier hinten, oder? Weil der Nick muss ja auch eine Möglichkeit haben, hier hochzukommen. Ja, müssen wir hier mal in meinen Block hinsetzen. So, zack, zack, zack. Damit er auch draufkommt hier, ne? Wir müssen ihm nämlich noch seine, äh, Antwortfackeln geben, natürlich. 50, äh, Fackeln für richtig an der falschen Stelle. Richtig an der richtigen Stelle. Redstone richtig an der richtigen Stelle. Und die sieht man tatsächlich nicht. Okay. Aber man sieht die Fackeln. Wir sehen, dass wir zwei, dass zwei Kisten schon gesetzt wurden. Jetzt können wir den ganzen anderen Kram eigentlich wieder mitnehmen. Und können uns weiter an die Arbeit machen. Um, äh, hier Hunsgrabnüsse voran zu bringen. Denn wir müssen erst auf die Einsätze warten. Die müssen erst alle da sein. Und dann können wir mit dem Spiel starten. Also, liebe Leute, hier in unserer Welt, äh, eilt euch, sputet euch. Reist auf diese kleine Insel hier vor Hunsgrab. Und packt eure Schätze in die Truhen. Ähm, wenn wir genug haben, wird Nick schon auf die ganze Sache eingehen. Und uns dann auch bestimmt irgendwie informieren. Schätze ich mal. Und dann seid ihr gefragt, liebe Community. Denn dann müsst ihr gegen Schlangenzungen Nick antreten. Und seinen Code knacken. Äh, das Spiel wird auch oft als Codeknacker oder so bezeichnet. Das Ganze. Wir bauen jetzt weiter hier hinten. An der dunklen Wacht, äh, vom Doofkopp. Hauptmann Doofkopp, der Wächter der dunklen Wacht. Und wir haben ja schon unsere Dispenser haben wir schon dabei. Das ist sehr gut. Und die würde ich jetzt hier verteilen. Wir haben fünf Stück. Äh, wenn wir hier, naja, hier würde ich noch keine machen. Aber hier halt auf die Brücke dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, hier würden Dispenser reinkommen. Äh, die die Leute dann runterspülen. Ne, das ist ja die Aufgabe. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht runterfallen. Weil wir haben ziemlich viele Level und das wäre auch echt schade, wenn wir jetzt hier runterstürzen. Das Seil packen wir mal weg. Wir müssen hier natürlich noch eine untere Etage hinbauen für die Brücke. Genau, was ist das für ein Lied? Das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Okay. Radio wahrscheinlich gerade. Okay, wir müssen hier eine untere Etage hinbauen, basteln. Ähm, machen wir uns hier so einen kleinen Abstieg hin. Müssen wir echt vorsichtig sein. Das will ich jetzt nicht runterstürzen. Ja, weil, ihr seht schon, es geht hier ganz schön tief hinab. Ähm, und dann würde ich sagen, fangen wir hier an. Haben wir denn überhaupt Baustoffe dabei? Ja, haben wir dabei. Wunderbar. Mensch, Zufall. Und dann gehen wir hier einmal rüber. Eins, zwei, drei. Hier müssen wir jetzt einmal rüber. Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. Und da unten ist eine Fledermaus. Seht ihr die? Ist das Flapsi, die sich hier rumtreibt? So, einmal rüber und auf der anderen Seite wieder zurück. Ähm, ich hoffe, die da reichen die. Ne, die werden nicht reichen. So, das wird nämlich dann so eine Doppelbrücke. Ähm, und der zweite kommt dann hier hin. So, ist richtig? Ja, ist richtig. Dann können wir das hier auch schon mal mit Stein ausfüllen. Okay, da haben wir jetzt nicht so viel dabei. Äh, dann nehmen wir hier erstmal Dreck. Damit wir da erstmal, oder Holz planken. Holz wäre auch nicht schlecht. Allerdings wollen wir hier mit Wasser, ne, wir wollen ja mit Wasser arbeiten. Machen wir es mit Holz. Äh, nein, wir machen es mit Cobblestone. Ich hole den gleich. Ich hole den gleich. Wir werden sowieso noch wahrscheinlich dann hier von welche brauchen. Denn die werden auch nicht reichen. Naja, okay. Ups, so. Nicht runterfallen, ganz wichtig. Ja, hier werden die Leute dann von der Brücke gespült, wenn sie nicht erwünscht sind, sozusagen. Das heißt, die, äh, Mann in der Nachtwache werden die Möglichkeit haben, hier die Leute runter zu spülen. Ähm, ach guck mal, hat gereicht. Wunderbar. Können wir hier wieder hoch. Und dann machen wir hier jetzt Cobblestone rein. Genau, so machen wir es. Ähm, gut. War ein komisches Lied, ganz kurz. Und hier müssen wir das natürlich noch an die andere Seite angleichen. So und so. Und jetzt gehen uns die Steine wirklich gleich aus. Da holen wir einfach noch welche. Ich glaube, da haben wir noch welche im Petto, äh, in der Kiste. Bauen wir ein bisschen weiter an der Dunkelwacht und an der Brücke. Ähm, okay. 64. Und hier 2x64. Genau. Und hier haben wir eine Werkbank Ast rein. So soll es sein. Zack. Hätten wir auch in der Hand verknüppeln können, natürlich. Hier kommen also sozusagen die Türme hin. Und ich glaube, den haben wir einen zu tief gemacht. Natürlich, klar. Äh, Moment. So. Ich bin ja mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis da unsere Kisten gefüllt werden. Wie lange es dauert, bis die Leute sich dann von ihren Besitztümern trennen. Das ist ja immer gar nicht so einfach. Man hat ja, ich kann das auch verstehen, Leute. Da sind etliche Behüllentouren, etliche Abenteuer hängen da dran. Vielleicht sogar ein paar Tode, die ja gestorben seid, um an die Diamanten zu kommen. Aber wie schon gesagt, wir können, glaube ich, der Community da voll vertrauen. Und, ähm, wir werden schon gewinnen gegen Nick. Und werden den, seinen Code, den er uns stellt, knacken. Ähm, und ja, dann siegreich, sozusagen, und freudig. Äh, Moment, das ist falsch. Und siegreich und freudig unsere Dorfbewohner wieder kriegen. Die soll er uns dann ausliefern. Vielleicht, äh, machen wir hier so einen kleinen, wird er sich hier irgendwo absetzen. Weil er wird sie nicht direkt uns übergeben. Weil er natürlich auch, äh, weiß, dass wir ihn nicht so doll mögen. Sagen wir es mal ganz nett. Ähm, Moment, Dreier. Dass wir ihn nicht so doll mögen. Und, äh, ihn eventuell sogar töten könnten. Also, ne, da geht er wahrscheinlich von aus, dass er da auf Schwierigkeiten stoßen könnte. Falls er uns die direkt übergibt. Also wird er sie, ähm, irgendwo absetzen. Hm, mal schauen, wo. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ähm, war irgendwie so die Rede von acht bis, acht bis zehn Dorfbewohnern, die da verschwunden sind. Ähm, die Hunskrabe selber sind sich da auch nicht so ganz sicher. Weil manche sind ja, äh, dort stattbekannt. Wie Ilse Bilse zum Beispiel, da ist, äh, die ist weg. Und, ähm, ja, aber andere, die, die sieht man eher selten. Die sind eher zurückhaltend. Ist ja wie im richtigen Leben. Da gibt es ja auch Menschen, die sehr präsent sind. Also die sehr, ähm, ja, im öffentlichen Leben stehen. Sagen wir es einfach mal so. Und andere Leute, die sind da eher, äh, arbeiten da eher, sind, leben eher so im Verborgenen. Sind aber natürlich genauso wichtig. Und vielleicht sogar noch viel wichtiger als die Leute, die sie immer in den Vordergrund stellen. Ähm, sind auch die Ruhigen gerade. Ähm, die immer in der zweiten Reihe stehen. Nicht, äh, sich überall einmischen. Äh, gar nicht immer überall dabei sein müssen. Die sind genauso wichtig uns wie die anderen Dorfbewohner. Die, äh, halt jetzt wirklich im Mittelpunkt stehen. Ne? Okay, aber, ähm, es wird schon wieder dunkel. Und ich sehe auch, die Folge ist gleich wieder um. Wir wollten allerdings hier noch ganz schnell. Ganz fix. Ähm, den Kobbelstein reinmachen. Damit wir dann hier unsere Dispenser aussetzen können, ne? Und die letzte Folge war etwas länger. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich muss das immer so ein bisschen einteilen. Bin mal gespannt, ob wir jetzt wieder, äh, mehr Kommentare kriegen. Äh, ob die Beteiligung wieder ein bisschen stärker wird an dem Ganzen. Und, ja, kann natürlich auch sein, dass es jetzt so bleibt. Das letzte eine Folge hatten wir echt zwei Kommentare, Freunde. Mmh, das ist echt wenig. Das ist echt wenig. So, jetzt können wir hier gleich die Dispenser reinsetzen. Aber erstmal proben wir schnell. Äh, Bett haben wir ja dabei. Dann machen wir das gleich hier. Gute Nacht. Ah, habt ihr das gehört? Wie ich den Kaffee geschlürft habe? Ich schlürfe den so gerne. Es gibt Leute, die bringen das aus der Ruhe. Die machen das wahnsinnig. Manche, manche machen es auch wahnsinnig. So, wir haben einen schöneren Übergang. So, jetzt würde ich nämlich sagen, dass wir hier die Dispenser reinsetzen. Das passt ja ungefähr. Fünf Stück haben wir dabei. Ähm, das heißt, wir knüppeln hier erstmal die Steine wieder raus. So, und dann setzen wir hier nämlich Erde rein. Da können wir jetzt runterspringen. Irgendwann konnten wir das natürlich noch nicht. Und dann setzen wir hier jetzt die Dispenser rein. Einen hier. Müssen wir mal gerade. Damit die das Wasser nach oben sozusagen rausspeien, ne? Das ist der Plan. Und ihr wisst ja, ne? Plan ist ein Plan ist ein Plan. Ähm, und wieder hoch. Und ein Dispenser rein. So. Also nochmal, die Feinde sehen das gar nicht so richtig. Die kommen ja an. Und dann, äh, wenn sie dann hier sind, und dann schalten die da von der Nachtwache dann die Dispenser ein. Dann werden sie einfach hier rechts und links runtergespült. Das wird nur ein kurzer Wasserschlag sein. Sozusagen. Ähm, damit die nicht auf dem Wasserstrom runtergleiten. Das wollen wir ja auch nicht. Weil dann würden die die ganze Sache ja überleben. Man könnte natürlich auch Pfeile hier reinpacken. Die nach oben schießen. Alles möglich, ne? Oder man kann, die Wachen können sie natürlich auch hier von der Mauer einfach runterballern. Das ist schon eine sehr gefährliche Brücke. Die erinnert ein wenig an die, äh, schmale Brücke bei der Schlacht von Helmsklamm. Äh, wer diese Schlacht kennt oder wer jetzt weiß, was ich meine, der, ähm, naja, ne? Der weiß, was ich meine. Ja, ha. Wer weiß, was ich meine, der weiß, was ich jetzt gerade... Oh, ein Bett. Wie schön. Ich kann aber, glaube ich, gar nicht schlafen gerade. Äh, der weiß, was ich meine. So, Freunde. Der fünfte. Und der wird die Leute ja auch noch runterspülen. Und jetzt können wir nach unten gehen. Hm. Jetzt können wir nach... Oh, vorsichtig. Äh, nicht übermütig werden. So. Und hier müssten wir jetzt ja sozusagen, äh, ein Redstone-Signal langsetzen. Da, 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 da. Ist schon komisch mit der Musik. Gerade. Aber das heißt, wir müssten dann hier durch mit dem Redstone-Signal. Richtig? Hm. Wahrscheinlich. Wo kommt man hier durch? Ist ja massiv. El Massivo. Ah, hier. Komm mal raus. Okay, alles klar. Wunderbar. Äh, und das muss aber ein höher. Das heißt, wir müssten hier jetzt, ähm, die Bratzen draufsetzen. Richtig? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist ja geil. Auf jeden Fall müssen wir hier mit dem Signal lang. Äh, und das wird jetzt wieder ein bisschen enger hier. Aber es geht noch. Ja, und den Redstone hatten wir, glaube ich, in irgendeine Kiste gepackt. Ganz toll. Ist ganz toll. Hier geht das dann weiter. Damit können wir das dann aktivieren. Okay, Freunde. Wo haben wir die Kiste? Da oben. Ich glaube, da hinten. Da haben wir es, glaube ich, reingepackt. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder wir haben es hinten beim, äh, der Baustelle gelassen. Kann auch sein. Ne, hier haben wir unseren Redstone. Wunderbar. Ähm. Dann brauchen wir Eimer. Dafür brauchen wir Eisen. Eisen haben wir nur. In der Endertruhe noch was. Sonst haben wir alles verbraucht. Oder wir werden morgen mal zu dem lieben Volko. Ah, komm. Zum Volko rennen in die Schmiede. Können wir mal gucken, ob in Hunskraft alles in Ordnung ist. Ist ja auch immer wichtig. So. Jetzt packen wir hier unser Redstone-Signal drauf. Äh, das ist natürlich jetzt noch nicht aktiv. Und es darf ja nur 15 Block, geht dieses Signal. Ähm. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ähm. So, zu elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Oh, oh. Das heißt, hier müsste dann irgendwo schon ein Dispenser drauf. Jaja, da müsste dann schon ein Dispenser drauf. Äh, so weit können wir es nicht legen. Nicht, dass es dann zu schwach wird. Man könnte natürlich jetzt hier irgendeinen Tageslicht-Sensor hinmachen. Dann würde das, äh, nee, das bringt ja nichts. Den kann man ja noch nicht umprogrammieren. Das können wir erst in der nächsten Version. Und wer hat das denn hier, ne? Das denn hier gebaut. Das, äh, was versaut hier alles. Und hier können wir dann den Schalter hinmachen. Theoretisch. Das heißt, wir können das, erstmal können wir hier noch den Schalter hinmachen. Mh, Schalter, Schalter, Schalter. Aber wir wollten ja nur einen Schock-Schalter machen. Also, also nur, dass es so einen ganz leichten Wasserschlag gibt im Grunde nur. Ja, das können wir aber ausprobieren. Wartet mal. Ähm, ich hab keinen Cleanstone dabei. Aber Holz. Holz geht auch. Dann machen wir erstmal einen Holzschalter. Zum Probieren reicht das auf jeden Fall aus. So. Wenn wir den jetzt hier hinsetzen. So. Dann müsste der das eigentlich aktivieren. Haben wir einen Eimer, äh, können wir noch bauen, ne? Einen können wir noch bauen zum Ausprobieren. Den setzen wir dann einfach in den letzten Flüms rein. Und dann passen. Oh, die Zeit ist um. Verdammt. Aber das will ich noch ausprobieren. Zeit ist um von der Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ähm. Ähm. Wir warten jetzt alle ganz gespannt, äh, auf die Einsätze der anderen, äh, Reiche. Und die Minecraft Musik spielt. Und ich bitte euch nochmal, liebe Leute. Seid so gut. Und, äh, vertraut unserer Community. Gebt euren Einsatz. Ähm. Für die Bürger von Hunsgrab. Ich wäre euch zu ewigen Dank verpflichtet. Guck mal, hier können wir Wasser holen. Ähm. Ich weiß, das ist schwer. Man hat darum gekämpft, um die Diamanten. Man hat sie aus den tiefsten Höhlen und Löchern gezerrt. Und unter Einsatz seines Lebens ja auch. Muss man ja auch bedenken. Aber, Freunde, ihr setzt es für eine gute Sache ein. Und ich denke mal, die Community wird es schaffen. Und Schlangenzungen nicht besiegen. Und sobald die Einsätze dann da sind, können wir, äh, und Schlangenzungen nicht, die in diesen, äh, Handel eingegangen ist erstmal. Er hat ja schon seine Bereitschaft, hat er schon verkündet, sozusagen. Ähm. Dann werden wir auch das Spiel starten. Und dann seid ihr gefragt. Und ich bin echt gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob ihr das schafft. Äh, so. Ich packe das jetzt mal in den letzten Dispenser. Hier rein. Da packen wir jetzt mal den Eimer rein. Das werden wir natürlich dann bei allen machen. Und dann probieren wir mal, ob es funktioniert. Äh, runter. Hopp. Autsch. Das tut noch ein bisschen weh. Okay. Gucken wir mal. Äh. Reicht noch nicht. Es könnte sein. Es könnte sein. Dass entweder das Signal nicht lang genug ist. Ich werde mir das nochmal angucken. Oder kommt jetzt was an? Nee, es geht noch nicht. Es kann aber auch sein, dass wir das Signal, äh, ein bisschen verkürzen müssen. So, machen wir nochmal einen Versuch nochmal ganz kurz. Nee, es kann sein, dass wir da, äh, Converter unterpacken, äh, hier diese Dinger unterpacken müssen, damit die Blocks aktiviert werden. Weil hier ist jetzt ja eigentlich ein Block Luft drunter. Und das kann ja nicht funktionieren. Das kann so nicht funktionieren. Äh, wir bauen das alles nochmal um. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Also, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft. Und auf Wiedergesehen.